Der 1. FC Köln schlägt Hertha BSC mit 5 zu 2 und für die Hertha war es das schon mit dem Klassenerhalt. Ich würde sagen, ja, das war gestern eine Riesenchance, wieder drei Punkte mitzunehmen und es sah ja auch einigermaßen gut aus. Es war Selke, der die Kölner ganz früh in Führung gebracht hat und es schien eigentlich alles in die richtigen Bahnen zu laufen für die Kölner, aber Hertha hat sich einfach nicht aufgegeben und hat erstmal ausgeglichen zum 1 zu 1. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, also durch Toussaint das 1 zu 1 und als es nicht schon schlimm genug wäre, hat Jovetic das Spiel gedreht und die Hertha führte auf einmal 1 zu 2. Die Kölner waren besser, aber fangen sich einfach zwei einfache Gegentore ein. Für die Hertha sah es dann relativ gut aus, bis dann wieder die alten Schwächen kamen. Blöde Abwehrschwächen. Die Kölner haben zum 2 zu 2 ausgeglichen durch Hübers und Skiri hat nur ein paar Minuten später noch in der ersten Halbzeit das Spiel wieder gedreht zugunsten von Köln. Bitter für die Hertha, aber spannende erste Halbzeit für die beiden Fans. Viele Tore auf jeden Fall und das ist doch, was jeder Fan möchte. In der zweiten Halbzeit, Köln überlegen, hat richtig viele Torschüsse gehabt oder Schüsse allgemein. Ich glaube, über 30 Stück waren es. Das 4 zu 2 dann durch Hübers und einfach nur verdient das 4 zu 2. Und das war dann quasi der K.O. für die Hertha. Und das 5 zu 2 fehl ja auch noch die Kuse in Barsic. Also die Hertha bedient und Köln mit einem souveränen Sieg, nachdem es erst nicht so gut aussah. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.